Hallöchen ihr Lieben! Und zwar zeige ich euch heute mal... Hi! Hängt es? Ah, jetzt geht es wieder. Mein Internet ist immer fraglich. Und zwar habe ich eine Tasche hergerichtet, beziehungsweise so einen riesengroßen Korb, wo dann alles reinkommt. Und dann geht eine riesengroße Tasche zum Austesten auf Reisen, beziehungsweise bringe ich das morgen vorbei. Und ich dachte, ich stelle jetzt mal so ein ganz, ganz großes Set zusammen, wo einfach alles mögliche dabei ist, dass man es auch anfassen kann, sehen wie groß, wie das alles ist. Und Lenny Dislam ist da mal mit dabei von meinem Kleinen. Das gibt es aktuell nicht mehr, aber wir haben ja Bailey, diesen süßen Hase. Also wir haben einen tollen Nachfolger, aber dass man einfach mal sieht, wie es von der Qualität her ist, wie weich sich es anfühlt. Hinten ist ja dann auch immer dieser Reißverschluss mit so einem Sandpack. Da ist der Duft Pink Cotton drinnen. Genau, dann können die sich das einfach mal in Ruhe anschauen und angucken. Genau. Und dann geht der eben mit diesem Body Clip. Gibt es ja auch für die Kiddies, für einen Rucksack, Schuhranzen zum Hinmachen. Das ist das Suzi das Wald hier. Dann geht natürlich die komplette Duftpesterfläche mit, mit allen Düften. Da ist dann einfach immer lauter so kleine Döschen drin. Und da kann man aufmachen, mal das Made for Melon. Ein ganz, ganz frischer Duft mit Melone. Also sehr, sehr lecker. Und da kann man einfach mal alle Düfte durchschnuppern und kann mal gucken, was einem so gut gefällt und seine Favoriten mal auf Seite schreiben. Ja, weil mir über 80 Düfte ist, da sind wirklich jeder was. Den aktuellen Katalog tue ich immer mit rein. Dann habe ich einmal ganz groß ausgedruckt die Gastgeberprämien, wenn man in der Verbindung jetzt eine Party, WhatsApp-Party machen will. Oder einfach mit Freunden und Bekannten oder es einfach austestet, denen das zeigt oder weitergibt. Oder die mal zu Besuch kommen und das austesten und auch zu erfinden hat. Dann habt ihr auf alle Fälle die Chance, euch tolle Prämien und kostenlose Artikel und Halbpreisartikel zu sichern. Also wer da Bock drauf hat, die tue es immer mit rein, weil das übersieht man oft im Katalog, was es da genau gibt. Und warum Sensi, was Sensi ist, warum das so toll ist. Genau. Dann gibt es eine Lampe mit. Also ich habe jetzt einmal eine große Lampe. Die wird mit der Glühbirne beheizt. Also das ist die Edgecorn Rosé Gold. So schaut die aus. Sieht mir jetzt ganz, wie es so schimmert. Dann hat sie einmal eine große Lampe zum Austesten. Hallo. Und einmal eine kleine, das ist die Via Your Blushing. Das ist einfach eine Wandsteckerlampe hat zum Austesten. Kann sie dann einfach an- oder ausschalten. Also wenn man die reinsteckt, ist die nicht automatisch immer an. Alle unsere Lampen sind handgefertigt. Also habt ihr immer Unikate, lebenslange Garantie. Also einmal kaufen und ihr habt es dann ruhig, wenn irgendwas ist. Ihr bekommt es nach 5, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 20, nach 30. Also ihr kriegt es immer ausgetauscht, ausgewechselt. Oder wenn es die gleiche Lampe nicht mehr gibt, bekommt ihr halt eine von der gleichen Preisklasse. Könnt ihr euch einfach eine andere raussuchen. Das ist gar kein Problem. Also der Support ist wirklich super bei uns. Wenn es mal was brauchen sollte. Genau, dann habe ich auch mal noch einen Duftventilator mit reintan zum Austesten. Und zwar kommen da diese Potts rein. Die Potts, die sind hier. Das sind so kleine Körbchen mit Duftkügelchen. Und da habt ihr halt Duft auf Knopfdruck sofort. Und bei der anderen, da habt ihr halt Heimatlin. Da wird das einfach geschmolzenes Wachs. Das dauert halt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Äh, hier eine Viertelstunde, halbe Stunde, sowas. Genau, das sind diese kleinen Körbchen. Da habe ich jetzt mal den Duft. Lemon Verbena mit reintan. Und Pink Cotton habe ich einen. Genau, zum Austesten einfach mal. Da kannst du alles austesten, wie das alles funktioniert. Und da kommt einfach Deckel wieder drauf. Und da kann man einfach anschalten. Und das hat so einen kleinen Ventilator drinnen. Und das wirbelt dann einfach die Luft raus. Ich versuche nicht, so ein langes Video heute zu machen. Dann geht es ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich habe natürlich auch meine ganzen Produkte aufgestockt. Also einmal nur Handcreme zum Austesten. Ganz neu habe ich das Gogo Mango Körperspray. Das ist noch schön kühl. Vom Kühlschrank. Kann ich mal austesten. Ich habe es jetzt schon mal austestet. Oh, das ist echt cool. Da kannst du auch einfach so die Polstermöbel auf Couch kannst du ja auch einfach mal ansprühen. Voll gut. Ich habe es letztes Mal auch mal im Treppenhaus. Einfach pssst. Da hat es gut gekrochen über die Schuhe. Das ist echt cool. Dann, also zum Austest einfach mal, dass man gesehen hat, wie groß das ist. Dass man riechen kann. Mal spüren kann, wie man das so findet. Gerade für den Sommer jetzt. Dann habe ich Amazon Rain. Also ich habe jetzt geguckt, dass ich immer nur so Packungen aufhebe. Meine eigenen privaten. Und dann immer ein oder zwei Würfel drinnen lassen. Da kann man sich einfach da selber Würfel rausholen, welche Sorte man will. und man sieht gleich, wie groß die Packung ist und kann sich das vorstellen. Genau, genauso wie Pink Cotton. Habe ich rein da schon einen Würfel. Sea Salt and Avocado. Da waren nur zwei drinnen. Und Green Tea and Yasmin. Und dann zeige ich es immer dazu. Können Sie einfach auch mal aufmachen, schnuppern. Was euch denn so gefallen wird. Und dann einfach den Würfel dann rausholen. Dann hat sie einmal eine große Lampe, einmal eine kleine Wandsteckerlampe zum Testen. Und kann das schön austesten. Dann habe ich meine ganz leere Duftblume, die ich schon seit Oktober habe. Ich habe gedacht, bevor es jetzt daheim als Deko ist, ich habe nur einen Zettel dazu geschrieben. Duftblume zum Anschauen ist noch vom Oktober 2020 aus Solarholz handgebunden. Und das war der Duft Aloe Water in Kurkuma. Dass man sich einfach das anschauen kann, wie das ausschaut. Wie groß das ist. Genau. Und sie duftet noch ganz leicht, wenn man dran riecht. Also 60 Tage sagt man ja immer. Jetzt ist Oktober, das ist schon über ein halbes Jahr, bald schon ein dreiviertel Jahr her. Man riecht so immer noch was. Und so Duftblumen ist eher für kleine Räume. Die beduften keinen ganzen Raum. Eher fürs Bad, Gäste, Klo, Eingangsbereich ein bisschen. Aufs Nachtkästchen tun es viele auch drauf. Ich will, dass sich was verändert. Du willst, dass sich was verändert? Mhm. Okay, und was? Dass Corona weg ist. Dass Corona weg ist. Ja, das will ich auch. Wir haben aber nichts gesehen. Sonst ändert sich nichts. Ändert sich nichts? Ja. Ist mir eingefallen. Okay. Darf ich weitermachen mit meinem Video? Ja. Gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Der will, dass sich Corona sich was verändert. Ich glaube schon, die darf keine Videos mehr machen. Aber wegen Corona. Genau, und jetzt habe ich mal aufgestockt, weil ich habe ja eh welche für mich zu Hause. Also benutze die selber. Selber zu Hause. Und wenn ich sie jemandem was ausleihen will, habe ich gedacht, ich kann sie ja einfach, weil ich habe ja eh mehrere Sorten. Also ich habe ganz viele zu Hause. Da kann ich einfach eine Sorte immer zum Ausleihen und Austest machen. Weil dann kann man es einfach daheim in Ruhe austesten. Also wer auch gerne mal so einen Korb will, einfach mal für fünf Tage zum Testen. Oder auch in Verbindung mit einer WhatsApp-Party, falls ihr das wollt. Oder halt eigentlich ist da eine Taschenparty. Ihr habt eine Tasche, ihr habt oder Körbchenparty. Habt so alle eure Sachen. Ihr könnt es die selber austesten in eurem Alltag in Ruhe. Ihr könnt es das auch mal weitergeben. Oder jemand mal zu Besuch kommen lassen und ausprobieren, austesten. Das ist also gar kein Problem. Und dann könnt ihr euch halt dann tolle Prämien, kostenlose Sachen raussuchen. Oder halt eben auch eine schöne Lampe zum halben Preis. Oder wer den Diffuser gerne will. Also wer da schon so ein paar Ideen hat, was er gerne will. Und dann sagt, hmm, und vom Preis her. Und ja, also ihr habt da immer die Möglichkeit auch zu sammeln. Wenn ihr sagt, Armin, ihr kriegt das jetzt nicht einfach so zusammen. Aber ihr würdet es gerne mal versuchen. Ihr habt, ich kann euch einen Link machen für bis zu 90 Tage höchstens. Also ihr könnt drei Monate sammeln. Ihr könnt immer wieder was bestellen. Das kommt nicht erst nach drei Monaten. Ihr könnt jetzt halt einfach morgen was bestellen. Und dann will nächste Woche auch nochmal jemand und bestellt mal wieder was. Kommt das? Und so sammelt ihr immer und könnt euch eure Prämien erarbeiten. Und das ist halt auch eine coole Sache. Und dann kriegt ihr halt dann einfach mal schöne, tolle, viele Sachen. Also letztes Mal war auch jemand, der hat dreihalbe Preisartikel gehabt. Und für, ich glaube, über 100, 120 oder so kann das sein. Ja, 110. Also 120 Euro konnte ich sich kostenlose Sachen raussuchen und alle shoppen, shoppen. Die war total happy. Und ihr habt mich gefreut, dass die so happy war. Und ich war happy. Und die war happy. Und wir waren einfach alle happy. Ne, das war voll cool. Und da haben wir unseren leckeren, tollen Counterclean, der wo immer eine Schutzschicht macht. Also das ist so ein Sprühreiniger steht dran. So ein Allzweckreiniger. Ich nehme den für Esstisch, Küchenablage, überall, alle Schränke, Ablagen. Also ich nehme den überall her. Und der ist der Tolle, wo diese schöne Schutzschicht macht, dass weniger Staub und Schmutz anfällt. Ich habe mit dem die Fenster schon putzt. Ich habe den Cockpit sauber gemacht. Also den liebe ich. Ich habe den mit dem Duft Johnny Apple Seed. Der ist richtig lecker, wie so ein Obstgarten. Also so Apfelbirne mäßig. Wie als ob du in so einem Obstgarten hockst und du bist ja wie hier drin in der Wohnung. Also das finde ich voll für Frühlings super geiler Duft. Dann habe ich noch diesen Lemon Verbena zum Austesten. Das ist der Badreiniger. Macht super die Bad, bei der Badewanne, die rennt da super weg. Also testet den einfach mal gern aus. Beziehungsweise die geht ja jetzt halt weg. Aber wer das auch gern mal ausprobieren will oder sagt, ihr will bloß die Reinigungsmittel mal austesten, kann euch gern einen Korb voll machen. Nur mit diesen Sachen. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht diese Lampen, aber die euch die Waschmittel interessieren oder die Duftblume oder die Stofftiere. Was euch halt interessiert, sagt sie mir einfach Bescheid. Ich stelle euch was Schönes zusammen. Dann die riesen Flasche Spülmittel. Auch einfach zum Testen. Schäumt richtig schön auf. Man braucht nicht viel. Ist hoch konzentriert. Alles natürlich ganz vegan. Alles. Also man hat ganz weiche Haut. Das ist für empfindliche Haut auch einfach geeignet. Und alles natürlich mit. Auch diese Reinigungsmittel sind auf Zitronensäure Basis. Also natürliches Produkt. Von dem her echt super. Dann haben wir noch den Sensi Fresh. Das ist der Textilerfrischer. Für alle Teppiche, Vorhänge, Couch. Ich tue es auch auf die Bettdecken drüber, auf die Jacken mal drüber, bei den Schuhen mal drüber. Also den nehme ich einfach für alles her. Und ich habe gedacht, bevor der jetzt nur daheim bei mir rumliegt und ich den hin und wieder mal benutze, tu ihn einfach mit ins Körble mit rein. Und dann kann man es einfach mal austauschen. Wenn ich es wieder da habe, dann nehme ich es wieder her. Und wenn es auf Reisen geht, kommt es wieder weg. Und so habe ich ein riesen Paket hier zusammengestellt. Genau. Da sind eben diese Basis. Also da ist schon mal so ein Würfel drinnen. Genau. Und der kommt dann einfach da in die Lampe rein. Also man holt da diesen Würfel raus, für die, die es nicht wissen, legt ihn in die Lampe rein, schaltet. Hinten ist dieser Anschaltknopf. Also man muss das anstecken. Und dann könnt ihr da einfach anschalten, ausschalten und euch ins Duftbegnügen stürzen. Zu Hause, wenn man eh gerade so viel daheim ist. Also ich finde es mega, mega toll. Und richtig tolle Lampen. Wirklich für jeden Einrichtungsstil ist da was dabei. Eher, ähm, also egal was für Deko. Es ist ja auch eher mehr so Dekosachen, was man halt gewillt. Deko, Beleuchtung und Duft in einem. Und ich finde es halt super toll. Und man hat einmal die Anschaffungskosten und dann hat es eine lebenslange Garantie. Dann hat es jetzt auf der sicheren Seite. Genau. Und ich packe das jetzt noch alles zusammen. Ich habe gedacht, ich zeige euch das mal alles Schönes und lade euch das hoch. Ich wünsche euch jedenfalls ein wunderschönes Wochenende, weil ich muss morgen Vormittag wieder arbeiten. War jetzt die Woche ruhiger, aber ich bin eigentlich den ganzen Vormittag immer arbeiten gewesen die Woche. Das ist ganz ungewohnt. Und dann muss ich erstmal Haushalt und dann mit dem Kind raus, wenn es dann mal das Wetter schön war und springst halt hier so rum. Aber das macht ja nichts. Ich habe ja keinen Zwang. Ich kann das alles so regeln, wie es für mich passt. Und dann, ich freue mich gerade, dass es jetzt richtig klappt hat, dass ich mal das zeigen kann. Und dann geht eine Lampe wieder auf Reisen. Und ihr, wer jetzt auch gerne mal so eine Tasche wäre, also eine Tasche habe ich noch da. Eine müsste jetzt dann wieder kommen mit der Post. Muss ich mit der Lampen halt dann mal schauen, weil ich kann nicht immer alle Lampen hergeben. Also vielleicht, manchmal habe ich noch eine Wandsteckerlappe übrig, machen wir eine große, machen wir beides. Sensi Go hat man eigentlich auch noch, genau, wenn das jemand austesten will. Einfach Bescheid sagen und ja, das war es von mir heute schon, oder? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt drüben auch nochmal live in Instagram. Weil das viele, ich habe zwei Accounts, das ist dann gar nicht so einfach. Oder ich schaue, ob ich das Video irgendwie abspeichern kann und drüben auch posten. Und dann geht das morgen auf Reisen. Ich bin schon ganz gespannt, was sie sagt, wie sie die Sachen alle findet. Und das ist ja auch immer kein Kaufzwang. Also von dem her, die testet es einfach aus. Und wenn sie mir einfach nur sagt, wie sie es gefunden hat, das ist alles okay. Natürlich freue ich mich immer, wenn man was bestellt. Aber es ist natürlich kein Muss und alles natürlich kostenlos und verbindlich zum Austesten. Ihr sagt es mir, was euch interessiert, worauf ihr da Bock habt, was ihr dürft, was ihr mögt, was ihr genau austesten wollt, ausprobieren zu Hause und wo hat man das schon. Wo kann man einfach zu Hause in Ruhe austesten und nicht nur einen Abend, sondern einfach mal drei bis fünf Tage, höchstens eine Woche, dass ich es halt meistens wieder da habe. Und ja, das finde ich ganz cool und ich hoffe, ihr auch. Und dann macht es es gut und ihr hättet noch ein paar Termine frei für so eine Taschenparty, falls jemand gerne was machen will und dann tolle Prämien sichern mag. Also ein bisschen was habe ich noch frei in diesem Monat. Dann macht es es mal gut. Tschüssi! 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 Tschüssi!